So, und ich sag noch, bis gleich bzw. wenn man dann nicht aufnimmt, dann klappt alles beim ersten Mal. Ich habe es doch tatsächlich eben in einem Sprung geschafft, da mir nochmal die Erfahrungspunkte zu holen und jetzt speichere ich vorher ab, das ist mir doch ein bisschen... Aua! Vor allem das... Nein! Ähm, das Fiese ist jetzt eher so zurücke. Oh, ich will immer ein zweites Mal springen und komme nicht rüber! Das ist der Hammer! Hallo? Was immer, können wir auch hier ein bisschen hochrennen? Ja, das klappt! Okay, und... Moment, 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 Aua! Geht weg! Aua! Hold up! Das war ja nicht gerade sehr erfolgreich. So, und wenn wir die jetzt schon mal haben, ja? Ja. Beziehungsweise... Doch, ich gehe kein Risiko mehr ein. Ähm... Äh... So, dann war ja hier... Noch der... Fähigkeiten-Punkt, Moment. Komm. So. Plus 15. Jetzt habe ich eben fast nichts gesehen, weil da einer vor dem Links war. So, sollen wir jetzt hier wirklich rüber? Ich denke mal, die Krabse sagt ja, ne? Oh je, na, das wird ja... Ne, man steckt dann auch da so drin in diesem Ding. Das ist echt Hammer. Das kann doch nicht sein. Müssen wir hier vielleicht doch wieder hoch? Pass mal auf. Weil das ist mir jetzt hier zu risky. Wahrscheinlich kann man da überhaupt nicht drüber springen. Springen selbst mit Doppelsprung nicht. Wow. Ah, alles klar. Wow. Ah, jetzt mal hier wieder drauf kommen. Hallo. Danke. Okay. Das ist sowas schon heftig. Ja. Ist das schaffbar? Wir werden es sehen. Ja, ist es. Man muss es nur... Ich falle hier zwischendurch so den Fokus auf ihn. Also den verliere ich richtig. Weil ich dann nicht mehr weiß, wer wir dann eigentlich sind. Oder wo wir dann eigentlich sind. Also es ist machbar. Weil dann ist so viel leuchtender Kram hier. Ja. Ja. So. Yeah. Gut. Okay, wir setzen hier gleich wieder einen Speicherpunkt. Und gucken mal eben. Dann würde ich jetzt den Ultrageister-Magneten nehmen. Und dann können wir uns weiter auf Bewaffnung wieder konzentrieren. Sprich, ich muss mal eben hier einfach diese Fähigkeitenpunkte noch holen. So. Generell geht es wahrscheinlich da unten weiter. Aber da oben ist auch noch irgendwas. Sehe ich das richtig? Ja. Dafür brauche ich wieder Skirm, da hochzukommen. Wie will ich das denn machen? Nee, geht nicht. Wir kommen doch nicht durch. Uh. Okay. Flatsch macht's. Okay, das ist die andere Seite. Ich muss mal kurz wieder auf die Karte gucken. Beziehungsweise mal runter gucken. Ah, alles klar. Gut. Da können wir landen. Da können wir auch landen. Was ist hier? Das ist die Frage, ne? Das geht zu beiden Seiten wieder gut weiter. Und über uns ist schon wieder so ein Fähigkeiten-Dings. Aber. Wow. Oh, Mann. Das ist aber. Wir wollen erstmal versuchen rüber zu kommen. Geht. Da ist schon wieder dieses Hundefieh. Okay. Gut, dann gucken wir erstmal jetzt hier lang, was hier so ist. Ach, du grüne Neune! Okay, ich sehe schon. Wow, 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 thank you. Oh, gleich noch ein bisschen Gesundheit tanken. Bitte mal, da oben ist ein Kristall. Danke. Ach, der kann über alles so rüber, ne? Na, später. Okay, da unten können wir ja immer noch wieder lang. Ich sehe gerade, da hast du einen Speicherpunkt. Dann sollte ich vielleicht mal zusehen, dass wir hier nochmal einsetzen. Okay. Ach, je. Oh, Mann. Was soll ich das denn machen? Okay. Aua! Ah, damn it! Okay, so viel dazu. Huch, Hilfe! Danke. So. Gut, also Gummern ist da sowieso in der Richtung. Dann gucken wir jetzt eben nochmal hier lang. Uah. Was haben wir denn hier? Uah, nein! Ach, ich wollte gerade eben runter. Danke. Oh, Mensch, wie die immer aufklatscht, die Spinne. Ups. Und was ist hier? Oh, Entschuldigung. Was haben wir denn da? Oh, nein. Ja, toll. Das nützt mir jetzt nichts, weil ich kein... Oh, nein! Nein, 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 nein. So, pass auf. Da, na, 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 na. Und jetzt schon wieder laufen, 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 laufen. Da wäre Leben. Was ist da denn? Boah, die machen immer so platsch. Halt die RT gedrückt, um Objekte zu greifen und zu verschieben? Ja, das schon, aber... Was ist das? Ich hoffe mal, dass wir es unten brauchen. Hoffe ich jetzt. Ah! Alles klar. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ja, danke. Okay, pass auf. Ach, wie fies. Oh, 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 oh. Das ist eine Abkürzung, ne? Wie kommen wir denn da noch hin? Bislang gar nicht. Also brauchen wir das. Wie mache ich das denn? Das ist ja so ein Dauerteil. Ach, warte mal, da unten ist ein Hebel. Und der kommt von welcher Seite? Von der anderen Seite. Okay, also wir müssen mit dem Ding am besten gleich nach unten fallen. Nein, du sollst nach unten springen. Okay, ich hole mir jetzt den Gummeln. Nein. So, komm, du komisches Teil. So, nochmal. Danke. So, Gesundheit ist voll. Ja, schon klar. Okay, das ist natürlich eine fiese Sprungsequenz. Und, ähm... Danke. Okay, also hier bleibt dann wirklich nur neuen Speicherpunkt zu setzen. Ja, schon gut. Ich hab's verstanden. Danke. Was war das denn? Ach, Mann! Seelenverbindung. Ich brauch jetzt keine Seelenverbindung. Lenk mich doch nicht abspielen. Warte. So, jetzt. Und... Oh, das hab ich eben, glaube ich, besser angekriegt. Ach, Mann! Wenn ich das nicht immer so komplett unterbrechen würde in allem. Und das Mikro ist so dicht dran. Ich möchte nicht so reinbeißen. Oh, komm. Das machen wir nochmal. Nein, ich guck mir meine Tode jetzt nicht an. Danke. Oh. Oh je. Ich hoffe, es macht hier keiner sowas wie... Das gibt's ja, glaube ich... Oh, bei Super Meat Boy auch. Gibt's da nicht auch solche Runs so von wegen... Ohne, dass man einmal gestorben ist? Tada! Es ist machbar. Geh weg. Geh weg. Danke. Oh, ich könnte... Da oben sind Fledermäuse. Da hängen Fledermäuse. Fledermüse. Ähm, bricht das jeder hier zusammen. Okay. Ich speicher. Man könnte wichtigere Sachen damit machen, mit den Punkten, aber gut. Ich speicher lieber. Au. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Nee, ne? Okay. Doch, ich glaube... ich weiß, ich weiß. Lass sie einfach fallen. Geht schon. Jawohl! Das automatisiert sich jetzt gerade, hallo? Ach, wir sind hier oben. Ja und? Ach, hier sind wir. Jetzt haben wir da die Abkürzung geschaffen. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich gerne da oben rankommen. Ah, ich seh schon. Oh je, warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Ja, es nützt bloß nichts, weil ich keinen Dings machen kann im Moment. Toll. Na gut. Wird auch nicht angezeigt, ne? Na gut, daneben nicht. So, jetzt gilt es anscheinend da rüber zu kommen. Da unten waren wir auch noch nicht. Aber hier auch noch nicht. Ja gut, das läuft uns handig weg und wir können ja auch mal wieder zurück. Jetzt wollen wir erstmal gucken. gut. Okay, Gesundheit ist prima. Ja, man kann sich eben halt auch... Wow! Was ist das denn? Ach, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir an den Kugeln vorbei hochkommen. Ja, das muss anders gehen, warte. Au! Geht das von hier aus? Nee, geht nicht. Okay. Ich seh schon, du bist fies. So, muss ich speichern, auch wenn wir sowieso wenig Gesundheitspunkte haben. Au! Ach, Gott, wir wären noch fast oben gewesen. Da oben wäre Gesundheit, die ich dringend bräuchte. Aber ein Treffer und... Ah! Jetzt habe ich den Sprung verbraucht. Ach nein! Es ist doof, wenn man es mit so wenig Gesundheit macht. Komm schon. Oh, okay. Hat das irgendwie einen Rhythmus? Ja. Den sollte man auch ausnutzen, den Rhythmus. Gut. Danke. Wieder ein bisschen Gesundheit gesammelt. Okay. Müssen wir nach rechts rüber. Und da oben ist ein Holz. Okay. Uhuhuhu. Spiel, Spiel, Spiel. So, zack. Oh nein! Dammit! Komm schon. Zack, danke. So. Mhm. Ah! Ich wusste, dass Ori ihm hilft. Das finde ich schön. Und rennt noch nicht weg. Hey! Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Du hast die Wasserader zurückgeworden. Lass uns Freunde sein. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun den Zugang zum Ginso-Baum. Schön. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginso-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Ähm. Ja. Nein. Eigentlich nicht. Machen wir dann. Karte sagt, wir sind... Oha. Oha. Okay. Ja, da können wir ja immer noch wieder zurück. Ähm. Ich möchte ganz gerne eben das hier noch mitnehmen. Gut. Dass wir wieder ein bisschen aufgefüllt sind. Und war da irgendwie noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber da. Ja. Ja. Jetzt können wir auch... Warte mal. Hier waren wir ja schon mal. Okay, daran kann man nicht weiterspringen. So, hier war Wasser, ne? Aber ich glaube, wenn man hier rüberspringt, passiert einem noch nichts. Ähm. 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 Warte mal. Nein. Sorry, Ori. Ah. Ah. Damn it. Das muss man, glaube ich, so genau timen. Das kann ich nicht ertragen. Das kann ich nicht ertragen. Das geht nicht. Schade. Was wäre denn da sonst gewesen? Was wäre ihr Preist gewesen? Kann man nicht erkennen. Da ist sowieso noch ganz viel mehr. Ganz viel mehr? Das klingt bergwört. Okay. Pass auf. Ähm. Dann machen wir es mal eben auf die schnelle Art. Können wir das mal eben da hin? Hä? Nein. Ich wollte nicht speichern. Ich wollte da eigentlich hin. Ja. Da und nu. Das ist raus zoomen. Da ist rein zoomen. Das habe ich schon verstanden. Jetzt frage ich mich gerade, hätten wir da jetzt eben schnell hinreisen können oder vertue ich mich da gerade mit? Aber gut, wir haben noch unsere neue Fähigkeit. Mit der können wir das ja. Ähm. Mit der können wir das ja. Danke. Wow. Was war das denn? Spinnst du? Ah, warte. Da rechts waren wir auch noch nicht drin, ne? Jetzt ist nur die Frage. Au. Ob es sich lohnt. Was ist denn da? Ach, kann man nicht ein... Sehen. Okay. Oh, oh, oh. 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 Warte mal. Oh. 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 sociationale. Oh. Oh.